Die Anmeldung beim TÜV Süd Drivers Club ist kinderleicht und beginnt in deiner Fahrschule. Mit deren Hilfe stellst du einen Fahrerlaubnisantrag bei der zuständigen Behörde. Vergiss bitte nicht, deine E-Mail-Adresse anzugeben, denn so machst du uns die Einladung zur Registrierung leichter. Sobald dein Antrag von der Behörde an TÜV Süd gesendet wurde, erhältst du umweltfreundlich und ressourcenschonend eine E-Mail. Ansonsten senden wir die notwendigen Informationen auf dem Postweg. Die Registrierung ist dein Ticket in den Drivers Club. Einfach den Button nutzen und Jetzt registrieren auswählen. Der Rest ist Routine. Gib deinen Namen und deine Postleitzahl sowie deine E-Mail-Adresse in die hierfür vorgesehenen Felder ein und klicke auf Code senden. Zu deiner Sicherheit senden wir dir einen Verifizierungscode, den du bitte im entsprechenden Feld eingibst. Jetzt nur noch Code überprüfen, Passwort festlegen und schon kannst du dein Konto erstellen. Du hast es fast geschafft. Wir bitten dich nur noch darum, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und deinen Prüfauftrag im Drivers Club freizuschalten. Dein Aktivierungscode ist bereits im vorgesehenen Feld eingetragen und findet sich zudem in deiner Registrierungsaufforderung. Nun noch wenige Daten ergänzen und der Drivers Club steht dir mit all seinen Funktionen zur Verfügung. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.